Herzlich Willkommen beim ersten Teil von Roadtrip zum Album. Mein Name ist Jesus und in dieser Videoreihe werdet ihr ein bisschen eingeführt in den Lifestyle beim Videodreh im Studio, wenn man ein Album macht und die dazugehörigen Videos und Proben und so weiter und so fort. Ich will gar nicht so viele Worte dazu verlieren, zieht's euch rein, das ist der erste Teil begleitet von unserem Youngstar, Rapstar. Viel Spaß, ich bin draußen. 5, 4, 3, 2, 1, Jesus, das ist meins. Hier ist mein wunderbarer Kollege, Rapstar, Reason von MachtRap und wir befinden uns hier beim Videodreh zu MachtRap Gang. Das ist, glaube ich, der 20. Drehtag. Diesmal befinden wir uns im Keller des Bahnhofsgebäudes von Stuttgart 21. Und ich werde jetzt hier gleich ein paar Szenen drehen, wie ich ICE-Züge auseinanderbricht. Mein Name ist Jesus, sein Name ist Rapstar. MachtRap Gang. Warte, sag, wenn's losgeht. Im Hintergrund mache ich jetzt einen übertriebenen Move und zwar folgenden. Was heißt das? Wo musst du's machen? Nein, ich will einfach nur übelst lange rauchen. Normalerweise hörst du ja auf irgendwann. Aber ich hör dann einfach nicht auf. Die Idee ist gut. Ja, okay, macht das. Ist gut. Ich glaub. Wenn die Teil der MachtRap Gang sein wollt, wisst ihr MachtRap verbreitet? Äh, was geht ab, Leute? Mein Name ist RaptoonStar. Ich hab Texte und die sind brutal. Verbreitet MachtRap. Ich kenn extreme Stars. Und die gehen mir extrem am Arsch. Manchmal ist die anderen Rappern extrem am Arsch. Ja. Boah, der war geil. Was geht ab, Leute? Hier ist RaptoonStar. Meine Texte sind hart, extrem und large. Und wir fahren heute zum Videodreh Nummer 2. Da sind schon einige Arbeiter am Werk und wir werden einiges aufnehmen. Zum Beispiel einen Vitalisten oder einen Breakdancer etc. etc. Das Lied heißt Sehe ich gut aus? Und bei Sehe ich gut aus? geht es eigentlich darum, wie gut wir aussehen. Und dass wir bemerken, dass das gar nicht real ist. Diese ganze oberflächliche Scheiße, das ist einfach nicht real. Weil im Innerlichen müssen wir mit uns selber kämpfen. Und da erfahren einige Menschen, dass sie festlich sind in der Welt. Und darum geht es eigentlich in dem unglaublichen Song von Jaysus. Und ja, ich zeige euch hier mal ein paar Leute. Hier sind Statisten. Hier sind einige Lichter fürs Set. Wir haben ja auch vorhin einige Sachen aufgenommen. Hier ist mein eigenes Kino. Und ja, und hier sind wir beim Set. Oh, äh, Entschuldigung, ich muss ganz kurz unterbrechen. Mein Management ruft gerade an. Ja? Das war der erste Teil der Reihe Roadtrip zum Album. Eine kleine Begleitreihe zum Lifestyle, die man so führt, wenn man ein Album macht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann schaltet ein beim zweiten Teil, wenn es wieder heißt Roadtrip zum Album. Und? Nenn mich Jay. Fünfzehnter Zipter. Mhh, das ist lecker. Mhh, mhhh. Viva die Mama. Das war's.